Hallo Leute, Ciao von Andrea Unger. Intraday oder Overnight? Na gut, das ist auch ein Thema, was ich am Anfang, das war für mich eine Herausforderung. Sie können meine Geschichte in Erfolg recht laden, so geht es, lesen, auch hier unten auf tradingweltbeister.de, können Sie sich registrieren und Sie können dieses E-Book frei, gratis runterladen. Da finden Sie einige Infos über meine Geschichte am Anfang. Am Anfang wusste ich auch nicht, ob Intraday, das heißt alle Positionen Ende des Tages flat stellen oder Overnight über Nacht die Positionen tragen. Das Problem ist, dass es keine endgültige Antwort gibt. Es gibt nicht das ist besser oder das ist schlecht. Sehr gute Händler, wie zum Beispiel Larry Williams, sagen, dass das Geld macht man in Overnight über Nacht. Intraday ist scheiße. Okay, richtig oder falsch? Es geht auch um Ansatz. Manche Trader nutzen die selbe Entwicklungsmethode für Intraday wie auch für längere Termine, das heißt für fünf, sechs Tage oder Monate oder so. Und in dem Fall hat man Schwierigkeiten. Ich habe einige Strategien von Larry Williams, Intraday Strategien gesehen, wie sie formuliert wurden. Und ich muss sagen, das habe ich gesehen, Indikatoren und einige spezielle Setups in einigen Momenten des Tages. Aber generell war dieser Ansatz sehr ähnlich zu anderen Methoden, die er für langfristige Trades benutzt hatte. Und das war falsch. Das heißt, die Ergebnisse für jede Strategie waren nicht so gut, wie er wünschen konnte. Und in dem Fall war er natürlich nicht zufrieden mit den Intraday Strategien. Und er war natürlich, er hat sehr viel gutes Geld verdient an der Börse mit Overnight. Aber das bedeutet nicht, dass Intraday schlecht ist. Das bedeutet nur, dass man auch für Intraday richtige Ansätze heraussuchen muss und entwickeln. Man kann nicht generell auf einer Intraday Chart genauso arbeiten wie auf einer Wochenschart. Das geht leider nicht. Diese Fractal Marx und so weiter Theorie funktioniert nicht so gut, wie erzählt wurde. Was soll man aber tun? Also, es geht erstmal um Psychologie. Psychologie, und wir haben auf dem Kanal auch schon über Psychologie gesprochen. Abonnieren Sie beim Kanal hier bitte und klicken Sie auf das rote Klöckchen, dann bekommen Sie sofort eine Meldung, wenn ein neues Video zur Verfügung steht. Und generell suchen Sie mal in den ganzen Videos, die wir haben, habe ich über Psychologie schon gesprochen. Psychologie bedeutet, ich habe Angst, ich kann nicht schlafen gehen mit offenen Positionen. Das ist ein Problem. Man muss auch gemütlich genug arbeiten. Und wenn man Arbeit mit Bauchschmerzen ins Bett geht, dann hat man Probleme zu schlafen und auch zu anderen Sachen zu tun. Aber es klappt nicht, das kann man nicht bestehen. Also, in dem Fall ist man ein bisschen gezwungen, Interday-Ansätze zu nutzen. Und das ist in Ordnung. Man kann langsam daran arbeiten und zukünftig vielleicht eine Lösung finden, damit man psychologisch stärker wird in dieser Richtung. Aber das muss nicht unbedingt notwendig sein. Wenn Sie aber Interday arbeiten wollen, weil Sie glauben, dass dieses Pim-Pum-Pam-Trading schnelle Gewinne bringt und Interday als Flipper-Trading ist, dann muss ich leider sagen, dass es ein falscher Ansatz ist. Das Mindset ist falsch, weil man für schnelle Gewinne sucht. Und normalerweise, wer für diese schnelle Gewinne sucht, hat dann das Risiko, dass er offene Positionen im Verlust hält, weil er die Kontrolle über die Position verloren hat. Und das ist natürlich dann, was normalerweise die Traders zu Pleite bringt oder in dieser Richtung. Also, wenn es für schnelle Gewinne ist, also Interday, kurzfristig schnelle Gewinne, dann ist das Mindset, die Idee vom ganzen Ansatz aus meiner Sicht falsch. Und das ist ein Fehler. Wenn es aber nur an der Angst von Overnight geht, weil Sie nicht schlafen können mit offenen Positionen, dann suchen Sie die richtige Intraday. Das ist total in Ordnung. Aber suchen Sie in dem Fall objektiv die richtige Märkte. Was bedeutet die richtige Märkte? Sie brauchen Märkte, die sich genug bewegen am Tag. Und genug bedeutet Märkte, die eine gute Dollarspanne zeigen am Tag. Einer von den wichtigsten Märkten in der Welt ist Mini S&P 500 Future. Und dieser Markt ist leider nicht gut genug für Interday Trading. Er bewegt sich nicht genug. Genug bedeutet, dass man, als man im Schnitt etwas verdient, einmal kann man es sehr gut verdienen, aber normalerweise Tag nach Tag hat man auch Verluste. Das ist normal. Und im Schnitt verdient man nicht genug Geld, alle Kosten, die zum Trading gehören, zu decken. Kommissionen, also Gebühren, Slippage, alle diese Sachen, die leider immer stattfinden und die man natürlich mit den Gewinnen decken muss. Und das klappt mit Märkten, die sich nicht genug bewegen nicht. Genug bedeutet, dass man, wenn man die Gewinne nach Hause bringt, gewinnt man schönes Geld. Und da kann man alle Gebühren decken und auch alle Tage, wo man dann kein Geld verdient wegen dem Verlust. Mini S&P ist nicht gut genug. Man hat wohl, ich habe auch Interesse, aber ihr auf dem Markt zu entwickeln, zu suchen, ist hart. Es ist keine gute Wahl, weil man dort wirklich mehr Erfahrung braucht. Für Anfänger sind andere Märkte für Interday absolut besser als Mini S&P 500, obwohl dieser Markt groß, sicher und wichtig ist. Also den Markt kann man nicht bewegen. Bis auf Donald Trump mit seinen Tweets. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber okay. Welche Märkte sind also gut genug? Auf den Futures kann man sagen. Rohöl, Crude Oil Future, Gold Future und auch Benzin, Gasoline. Das sind alle gute Märkte. Und auch DAX Future, Index Future. DAX Future ist gut, bewegt sich genug. Aber für diese Märkte hat man dann ein anderes Problem, da wir für längere und breitere Bewegungen nachsuchen. Pass auf, Mini S&P könnte sich sagen, ja, aber da kann man Countertrend anarbeiten. Du hast ja gesagt, der ist gut für Countertrend. Pim, Pum, Pam, Pim, Pong. Und da fällt man aber wieder zurück zu der Kategorie, die schnelle Gewinne sucht. Auf Mini S&P, meine Interday Strategien sind Pim, Pum, Pam, aber die gehören zu meinem ganzen Portfolio. Das ist eine andere Geschichte. Ich suche nicht schnelle Gewinne, nur weil ich schnelle Gewinne will. Ich habe diese Strategien an dir, weil ich auch diese Strategien nutze. Aber nicht nur. Also, Mini S&P, nochmal, das kann sie zum falschen Mindset bringen. Besser Interday Trends suche. Und diese Märkte, die ich genannt habe, DAX, Crude Oil, Gold, Rohöl, sorry, Benzin, Gasoline. Diese bewegen sich genug gut, wenn sie sich bewegen. Aber, da diese Bewegung breit genug sein muss, weil der Markt volatil ist, muss man auch einen richtigen Stop-Loss nutzen. Das heißt, man kann nicht einen knappen Stop-Loss nutzen, weil sonst wird man sofort auf den Markt rausgeschmissen. Und diese breitere Stop-Losse sind natürlich dann mehr Risiko. Zum Crude Oil zum Beispiel, würde ich sagen, 1500 Dollar als Stop-Loss. 1,5 Punkte vom Preis. Gold auch so in diese Richtung ungefähr. Benzin auch. Auf den DAX Future, 1500 Euro, sind manchmal nicht genug. Ich würde 1750 empfehlen, 70 Punkte oder noch mehr. Das heißt, man hat ein größeres Risiko. Man könnte zum Beispiel auf Mini-DAX arbeiten, gut genug. Mini-Crude Oil, gut genug, aber nicht so gut wie Mini-DAX im Vergleich, wenn man über Volumen spricht. Mini-Gold ist nicht gut, Micro-Gold ist in dem Fall nicht so. Und Gasoline ist nur Gasoline. Mini-Gasoline und E-Kart nicht, da gibt es keine Volumen. Aber wie gesagt, generell muss man bereit sein, auch ein höheres Risiko zu tragen, weil leider muss man auch die Positionen, die man öffnet, atmen lassen, dass sie nicht sofort geschlossen werden bei der ersten Bewegung, die im Markt stattfindet. Also, man muss bereit sein. Ich will Internet arbeiten, okay, aber ich muss wissen, dass ich für Internet Trends nachsuchen muss und bereit sein, den Markt sich zu bewegen lassen. Das heißt, breitere Stops. Diese breitere Stops kosten mehr Geld, wenn ich verliere. Aber man verliert manchmal und auch oft in eigenen Fällen. Und man muss bereit sein. Forex wäre gut, weil man dort die Position skalieren kann, wie man Markt, aber, ich muss ehrlich sagen, in den letzten Jahren habe ich nicht so besondere Forex-Umwährungen, die sich wirklich gut bewegen. Auch diese Volatilität im Forex ist nicht mehr, wie sie mal im Jahr 2009 oder 2010 war. Und in dem Fall hat man wieder Schwierigkeiten, die man im SMP zum Beispiel hat, wo der Markt sich nicht genug bewegt, etwas Gutes zu finden. Das war's, Leute. Schreiben Sie bitte, was Sie machen, Internet oder Overnight. Und warum Internet oder Overnight. Kommentieren Sie aber, dass wir mindestens darüber reden können. Und dann kann ich auch wissen, ob ich einen Blödsinn gesagt habe. Blödsinn oder so wird sofort gelöscht, natürlich, wenn Sie das sagen. Nein, macht nur Spaß. Aber ich lösche es. Und wir treffen uns nächstes Mal hier wieder auf Trading Weltmeister. Ciao von Andrea Ungar. ? ? Peter Jugend y ? Vielen Dank.